hallo und herzlich willkommen zu call of duty break ops 2 gehen jetzt mal wieder eine runde zombie mode seit langem seit sehr lange deswegen sehr sehr lange hier ist es auch dabei ist nur vergibt uns falls wir hier ein bisschen abschleißen sollen ja nicht alles noch nichts deswegen jonas das wird sich vielleicht nicht groß verändern bloß deine grafikkarte ich habe eine neue grafikkarte und ich hoffe dass es jetzt am anfang nicht lädt so dass glaube ich das ist ich weiß es lag doch am prozess ich weiß wirklich nicht warum das liegt aber jetzt werden wir sehen wir werden jetzt zog dann ich bin raus ich mache noch mal sitzungsbeitritt und hat schon wieder spielst du schon die erste runde nein jetzt scheiße komm bitte ich muss jetzt was machen können ich vergelte nur gleiches mit gleicher lassen muss ich erst mal cpu so 100% ausgelastet durchgehend aber es zuckt nicht aber er ist mittlerweile 50 ich glaube das interessiert die zuschauer alles nicht doch mich interessiert das und ich bin sowas wie ein zuschauer du bist kein zuschauer du bist ein zuhörer wenn man wenn man nichts zu tun ein bisschen dumm dass ich was so nächste runde darf ich alle kenne gar nichts ist jonas wird zu spiel kann verpasst das beste stelle ich muss ja außerhunde topien das scheint mir eine ideale position zu sein ich habe gerade jemand angerufen weil es angest galt anke ich gehe mal kurz ins minüt den letzten wissen ja auf jeden fall viel besser jetzt so hey du hast meine topien weggenommen du bist ein kackpratzer komm bitte 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 nein ist fertig fertig das nix fertig doch das brauche immer ein bisschen noch ich habe es dir doch gesagt alter ich hasse dieses teil das habe ich weggeschoben danke dass du mich wieder ich bin so in der battlefront steuerung noch drin ich bin so in der battlefront steuerung noch drin ich bin in der battlefront steuerung noch drin battlefront meine ich ich bin aber im battlefront ich bin für die gleiche steuerung zumindest habe ich sie gleich gestellt du bist du bist oncle bens alter das sieht genauso aus wie oncle bens höre auf weiter ich bin nicht diese kennst du den überhaupt das ist ja sonst reißen diese ganzen soßen ich bin dumm ich bin stroh dumm dumm wie stroh ist ein vergleich im gedicht hätte man das jetzt analysieren müssen aber diese scheiß gedichte jetzt fällt mir das alles wieder ein ich bin ich bin ich bin vorweg geflogen das ist gesehen du hast du machst nichts wieso ich verabscheue zwischenmenschliche und das Antianalysen das ist als ich vergesst ich gehe aber an die Hälfte die Zielgruppe das leuchtete ein zu verlassen scheint wenig sinnvoll ja auch aber sie haben wir am meisten sie sagen noch immer Antianalysen hat sie nur ein stimmende die in die Grafik zum Beispiel warte mal du musst dir versuchst jetzt das Teil zu holen ja ich sehe es glaube ich nö das kann auch beide Seiten sein komm rein ich bin noch drin so bei mir hakt das Spiel nicht ich glaube auch bei den meisten zuschauer die das auf dem PC spielen nicht ich nehme ja noch auf ja das Antianalysen das die CPU eben als ich voll hatte 100% das ist echt nicht gut wenn die CPU zu 100% ausgelastet ist fuck oh ich muss mir durch die Zielgruppe gehen oh oh ich bin schon vor wenn ich naja ich glaube wenn du die aufhärtest kommt dann ne Doppelkopf wird sich raus nicht nur ich glaube ich weiß ich glaube es ist nicht ja ich weiß es wirklich nicht ja nur scheiße wem sagst du das guck mal mal gucken wie hoch die fliegt tsch tsch ich finde mal weiter alter irgendwann kommt die wieder runter sag alter kenne ich mal selbst schau ich nicht auch tust du da wette ich nicht mehr dass du dich sagst ich bin ich bin mega pro in dem Spiel oha hinter uns was Junge du alter tot durch wissenschaft was ist das denn für ne fucking schrot ey so ne schotty muss wenn ich ein bisschen stärker sein vor allem kauf dir schnell die Truhe bevor ein Busfahrer denkst ich hab zwar noch irgendwie diese anderen Kanaten lass mich aber töten weil ich will mir auch nochmal die Truhe leisten können da rennen die Freaks ja weg nein das kieft doch nicht ich muss nochmal ich hab wirklich nur Schottis das ist doch schon mal gut das sind die letzten Kackart normalerweise schon die ist geil die ist stark ja dann siehst du du hast ne starke Ruf komm schnell jetzt kommt er in der Brust jetzt kommt er in der Brust stellt euch in einer Reihe siehst du das ist jedes mal so was machen wir wir hier bleiben und wir bleiben hier nö oh schutz mich hier raus ey geh hinten rein geh hinten rein so ein Bastard ey wieso machst du die Türen zu Alter ich hab nen neuen Kuni okay das mach ich nochmal oh so normalerweise müssten wir jetzt hier raus du solltet mich wohl nach Position aussehen ok ich hab nur noch meine Lächer ja boah aber ich hab solche komischen anderen Kanaden Mega-Granades ich hab einen in den Rand ist nicht schwer kann man hier nicht auch eine Sache finden für den Bus scheiß das haben wir drüben vergessen wollen wir hier mal gucken weißt du wo das ist? ja wo denn komm auf komm auf komm auf du hast mehr Geld du hast trotzdem wie viele Leichenfresser ich hab eine Wache du hast zwei Schrotz komm auf willst du mich verarschen ja bleib weg Leichenfresser ich möchte nicht in einen Nahkampf mit Pieren Schleudern verwickelt werden wieder bist du so ein homo? alter ich hab mit Schotti da kann ich wirklich nichts machen ich bin ich Schottis voll geil ja wenn wir wissen stärker wäre so wie Spaß 12 oder sowas was ich darum geben würde die Schotti hätte äh die Schotti zu haben ja du hast die Laser ja die bringt mir aber jetzt noch nicht viel alter Fick dich lol der läuft ohne Kopf rum das ist ein Zombie ohne Kopf siehst du das? nö ich bin ich hab gerade ein Zombie den Kopf abgeschossen und ist weiter gelaufen fuck 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 da fände Punkte da fände Punkte das ist schon geil an der Schottis hast du dich ja zufrieden ich kann mein Glück kaum fassen so Jannas kommt frey naja jetzt ist zu spät haha haha wir müssen uns ja gleich Jugger kaufen die 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 ja das kann ich mir doch die Tür nicht kaufen schreiner raus von draußen wie wie sieht das aus so was machst du da ja ganz schnell das Mausrat viel schneller man sollte Erholung genießen weil immer was möglich ist aber diese Schlafgas oder was das da ist oder keine Ahnung schon wieder eingeschrieben nicht der der seine Arme verliert hier gehen die Donnerkerzen aus warte mal ich geh mal kurz gucken ich ruf Philipp kurz an nein dann fliegst du aus dem Spiel oh 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 sind wir schon da? fuck soll ich mir die AK kaufen? ja kauf dir die AK 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 okay nicht gehen nicht gehen bitte nicht eins ja alter hier ist alles voll kill alles vor dir und rein ich brauche meine Füße lauf rein lauf rein lauf rein lauf rein maximale Munition wir machen den Strom jetzt nicht an weil ich hasse das man ist dann da drin such das letzte Teil und dann fährt der Bus ab kann man hier nicht auch zum Teil für den Bus finden doch so ob wir jetzt was zu töten zieh mich in den Bus zurück lol lol ich hab die Tüte doch zugemacht lol was hast du denn? wir machen mich mal wieder auf lol weiter was hast du denn da? ich bin auf einer anderen Seite Dich kann niemand mehr zusammensetzen hinter uns welch ein Meister welch ein Meister bist du der Zombie wir reißen uns gekriegt und wir mit nur mit Verläufe scheiße mach komm 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 wir müssen vorher aussteigen damit wir keine Tür zahlen müssen Jonas und das wir müssen gleich aussteigen ich mach schon mal die Tür auf pass auf wir haben die Tür auf jetzt 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 ich hab dir den Arsch gerettet alter du wärst den Nebel aufgefressen worden ich hab den Kill bekommen ich hab den Kill bekommen du kriegst keine Kiste doch kauf 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 komm 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 schnell ok ich fühle mich stark weil ich rufen lass sie hier oben bleiben erstmal du machst den Gang und ich mach hier vorne ich mach den Gang da oben deshalb ist ja mehr ich komme ja hochgedrückt hier gibt es keine waffe doch hier gehe ich hier kann man noch zum teil finden hatte hier ja die klappe für den bus ja man ist sie auch genau die beurteilung direkt nicht sterben ich habe noch schuss so leute ich glaube das war es jetzt muss schafft das glaube ich nicht ich will dann mal eine bessere position bekommen oha der 40 hat alles weg alter was ich bin aus dem spiel geflogen was das denn jetzt das war's dank antivir haben wir verkackt statusprogramm wird digitalisiert letztes objekt luke firewalker was das denn hier damit verabschieden wir uns bis zum nächsten mal auf call of duty black gestoppt gestoppt